Tales from the Borderlands, Episode 2, Atlus Markt mit Fritz und Michi. Wir spielen die zweite Folge von Tales from the Borderlands und ich bin unglaublich gespannt darauf, weil wir ja als Nachzügler die erste gespielt haben und so einen Spaß damit gehabt haben. Diesmal sind wir gleich von Anfang an dabei. Um die Wartezeit auf Folge 3 dann genauso lang zu haben wie alle anderen. Ich hoffe, dass es diesmal schneller geht, weil die Wartezeit von Folge 1 auf 2 war jetzt fast 3, 4 Monate. Ja, das war ganz schön lang. So, wie suche ich das aus? Play, Start Episode 2, Atlus Markt. Eine Anspielung auf Atlus Shrugged, den Roman von Ayn Rand, wo es irgendwie um Objektivismus und so geht. Also Egoismus ist toll und so. Schön von Wikipedia abgelesen. Ja. Ich wollte einmal auch so cool sein wie Daniel und Sachen wissen zu fixen. Yes, yes, es ist ein langes. Jeder weiß. Ah, wo war ich? Ah, ja. Two unlikely versions of one impossible story. The Hyperion Salaryman. ...who stumbled across the perfect plan to defeat his rival. But bad things can happen when you swim against Fae. Hijacking the secret purchase of the ultimate prize, a Vault Key. Finding co-conspirators was easy. Finding real Vault Keys never is. Then there's the Pandoran Hustler, who conspired to sell a fake Vault Key. But unfortunately, plans don't often go, you know, as planned. The emergency plan was used. And now, they were stuck with each other. With nothing to gamble, but their lives. So, they prepared to face psychos, warlords, even Vault. Hunters, but betrayal. No one is prepared for betrayal. She tried to stop him. Felix, it's built a trap! But it was too late. The money was gone. But the path to a Vault Key was right under their feet. Below the arena, they found the Gortys Project. Atlas's crown jewel. Along with a lost king. Looking to regain his throne. Oh, oh. Oh, I'm up, I'm up. Hey, seriously, can you use your words? You're just wasting bullets with that thing. Yeah, okay. Oh, come on, you drooled on me. Oh, yeah, that's a, wow, that's a lot. I am feeling a little dehydrated. What is wrong with you? There, now we're even. You are a monster! Stop! I'm gonna let you out of those restraints. Don't make me regret it. Cause you'll regret it much more. Sure, yeah, okay. Yeah, that works for me. Let's do that. We've got a long way to go. We should move before the sun's up. Can I please hit him once? Just to get it out of my system. You gotta work on your anger management. All this animosity is not good but... Just one. What? Okay, I'm good. You punched me in the neck. Let's go. Spannend, wer das ist. Now, where were we? Well... What is it? I... I... Rhys? Buddy? You, uh... You alright? You're, uh... You're acting kind of weird, Rhys. Weirder than usual. Rhys is just excited. He's alright. He... You know, just probably needs some air. So, uh... Upstairs. Where there's more air. Cause it's higher and... Hey, what's up with that map? Computer enhance! Please stop, Sasha. Come on. I've almost got it. That's not... That doesn't do anything. What you're doing. Enhance computer images! Stop it! This is not how computers work. Where are you from? You don't just yell enhance at the screen? Maybe I can bring up a legend on the side. Ah! I'm okay. Did you break it? Go ahead, Fiona. Go ahead and pick it up. Fiona, you touched it once already. Yeah. She'll be fine. Oh... Come on, Fiona. I don't know. That's fine, right to be. I don't understand. You and Reese are the only ones that didn't shock. Maybe they're somehow imprinted on you. Vintage Atlas. Incredible! Retinal scanner online. Security protocol engaged. Retinal scan required. Please step forward and identify yourself. Yeah. Maybe we should get out while we have the chance. Na, was machst du? That map could lead us to a vault. We're not leaving until we know exactly where it's telling us to go. Please step forward and identify yourself. Please step forward and identify yourself. I think they're gonna have been a vault. I think you're gonna have to escape. You're gonna have to escape. I think that's all. I got to escape. I think I need to escape. Ich glaube, ich sollte es wissen, wie es so geht. Wie ist er denn nochmal runtergekommen? Der Vaughn. Ja. Der war doch am Anfang mit dem Auto. Ach stimmt, die sind ja beide runtergekommen. Ach und sie hat ihnen doch den Roboter geschickt, ne? Ja. Die sind mit diesem Enhancer so gut. Wie im CSI der Welt. Was ist so lange dauert? Das ist jetzt von Atlas und die, wir arbeiten aber bei Hyperion, ne? Also die Hälfte von der Crew arbeitet, also eigentlich ja aber auch gegen Hyperion, weil sie ja versuchen, da den momentanen Chef zu betrügen. Aber sie wollen ja in Hyperion trotzdem aufsteigen. Ja. Geht es weiter nach links? Geht es nicht weiter? Hä? Du musst doch hier in die Treppenstufe noch. So, ob ich hier rumgehen kann. Hier schneiden wir es dann ab. Ja, aber du musst doch irgendwo. Ja, ich muss doch. Schauen wir noch aus uns in die Box. Ich sehe hier, wo der... Geht es nicht nach oben drücken? Der kann doch nicht weiter, oder? Ich sehe es nicht. Ja, ziemlich kurze Episode diesmal. Tschüss. Vielleicht nochmal. Schaust du mal nochmal an. Ja, gut. Leeres Tablett. Wahnsinn. Naja, ich habe ja natürlich noch die Gegenstände, die ich mit irgendwas benutzen könnte. Aber was? Ich kann ja nicht benutzen. Oder? Das sieht nichts, oder? Nö, ich kann da nicht drücken. Also vielleicht nur, wenn ich... Ist hier jemand drin? Da ist immer einer drin. Push the button. Galvanize. Ah! Ja! 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 Ja, das ist genau das, was ich dachte, ich war zu sehen. Oh, jetzt all we have to do is get his eye to that retinol scanner. Oh, maybe we can just scoot him over the computer. Hahaha. Ich sehe jetzt schon, wie sie ihm irgendwie das Auge rausschneiden. Wow, that's not gonna work. Yeah, he's wedged in there pretty tight. Now what? Well, it's a retinol scanner, right? Oh, nein. Der Löffel liegt doch noch da. Oh, nein. Nein. Ich versuche es nochmal ohne den Löffel. Schau auf seine Uniform. Atlas-Military, hohe Ranking. Vor allen Dingen, warum kann sie ja nicht einfach die andere Hälfte des Sarges aufmachen? Oder der Kühlkammer. Oh, wie viel hat er es bekommen? Nicht so viel. Du denkst, ein General hätte mehr Geld auf dem Weg zu gehen? Ich würde es nehmen. Wer den Pfennig nicht ehrt. Ich will das nicht machen, das ist so eklig. Das ist auch noch ein Köffel. Ich muss gerade sagen, das ist nicht nur ein Löffel. Oh, hey, it's a spoon and a fork. Ha, how about that? Das Geile ist, man kann bestimmt diesen Sarg ganz einfach komplett aufmachen. Ja, ja, da ist ja noch eigentlich ein zweiter Button. Das ist halt so, warum kannst du den nicht benutzen? Und ich wette, man könnte seine Beine auch einfach so ein bisschen drehen, dass sie da rauskommen. Ist der tot eigentlich oder ist er bewusstlos? Keine Ahnung. Ich hoffe sehr für ihn, dass er tot ist. Er ist bestimmt tot. Oh, das ist wie ein Dead Space. Oh, nee, ey. Der Ei ist aber noch. Oh, wie fies. Hey, so far so good. Stop talking to me. Oh, nee. Oh, nee. Ich kann nicht wissen, ob das sieht besser aus wie schlecht. Es sieht wie schlecht. Oh, nee. Wenn du es schweigst, mach es auf dem Boden, bitte. Das ist mir helfen. Du hast es, du hast es geschafft Es ist einfach die Sache Ich habe es zum... die Sache Du hast es geschafft Danke Hey, und du hast es nicht gefeiert Ich hätte es gefeiert Lass uns das Ding auf die Schall Ich habe ihn da wieder gesehen Dass er so geschrien hat Ich glaube wir spielen nachher die gleiche Szene nochmal aus seiner Perspektive Er hat dann bestimmt irgendwie so Diese Handsome Jack-Hallus Die er am Ende von der letzten Folge hatte Achso, ja, kann sein Der Hell 9000 Message 1 Athena Gordes Facility Oldhaven Hallo, Pollux Too bad I missed you in Oldhaven As you've no doubt surmised The Gordes project has been terminated And now that you have no soldiers under your command I regret to inform you that you've been relieved of your duties I'll come by soon to ease your transition into retirement Uh, what's Oldhaven? It's an Atlas mining town It's been abandoned for years Which makes it the perfect place to hide a Gordes project Whatever that is Message 2 General Pollux Memorandum If you're watching this Then I'm already in suspended animation You must understand Adina was trying to kill me And what I possess is far too powerful to end up in the arsenal of a rootless mess The demon is no longer a threat Please activate the revival protocol in my status dock What is it? The fate of the universe In your hands Oh, how stupid And he has also another Löffel in his hands Oh no Does that mean he was Oh, when you scooped Oh No 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 No, he had to be dead Don't Just Don't So I guess we're going to Oldhaven Rhys, you want to take a look at the Oh Ouch I'm fine Be right down What's the matter with you? I'm fine Be right down Oh Oh Wait What? Eh I didn't hit my head What are you talking about? I saw you hit that Gordes No, no, no I hit my head On that But But I didn't hit my head when I fell on the computers And obviously there wasn't a geyser Of blood There was Quite A bit of blood This is all Fascinating Very Thorough But what about Jack? Oh, right Jack This, ladies and gentlemen Is the Gordes project And it's going to lead us To a vault And then I'll probably kill you What? Okay Here's what's gonna happen You Sorry What's your name again? Come on Spit it out dumb dumb I don't have all day I Oh Oh Good You work for me I thought I thought I was gonna have to get violent there for a second Or more Violent Friend of me Come on Time's a waste Two reds No A lot of me The defense is It's like Atlas is just Pecking us to take her Come on cupcake What's the hold up What's the hold up? Get over here Yeah, I know I'm your hero You're my biggest fan Blah, blah, blah Welcome to the club Just trying to Quake yourself You might show yourself Alright Take notes Kiddo I'm not one to repeat myself Jack What? This is impossible Jack You're You're dead I'm dead I'm sorry What's that supposed to mean? Are you Threatening me? Little man? Huh? No, 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 no Why did that just happen? Shut up Are you screaming because you're in pain? Or are you just freaking out? Cause this is really weird Cause it is It is weird Would you please stop doing that? This is... Doesn't make any sense Stance Damn it Stop doing that I... It's... Like I told you Handsome Jack Is dead No, 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 no That's impossible I... I... Can't... Die... Nah, nah. It's stupid No way Look You... Kind of deserved it, Jack I'm sorry Deserved it? I brought Order To this pisshole Of a planet Whatever your intentions Das war wirklich? Du fiel zu weit. Oh, du kannst sogar nicht anfangen, zu verstehen meine Intentionen. Du denkst, dass ich nicht ein Verlust? So viele Leute sterben. So viele Leute sterben! Das ist das, was die Leute machen! Nein, 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 nein. Ich bin, ich bin, Jack. Ich bin nicht sterben. Es ist zu viel mehr zu tun. Es ist nicht passiert, es ist nicht passiert. Komm her, Cupcake. Ich versuchte dich, eine Minute. Nur eine Minute, komm her. Was? Nein, nein! Ich glaube, ich muss einfach schneller sein. Das ist das. Stetsch, verdammt. Ich werde das nicht schwer aus dir. Ich bin nicht gefährlich. Oh, wirklich? Dann warum bist du zurück, Cupcake? Wo geht's? Ha, du bist so dumm. Schau dich, verdammt. was war für mich? Was ist mit dir so gut? Woh! Riis! So... much... ...pain? Warum bin ich noch alle entsperte? Ich verstehe nicht. Riis, hey. Hey, you alright? What the hell are you doing? You're acting... strange. I... I know that sounds weird, but I just... I just saw Handsome Jack. What are you saying? Handsome Jack, he was... he was next to me. Right. Okay. Well, you had quite a spill there. Let's just get you up off this thing. Here you go. You know, these fumes can't possibly be helping. Oh, I must be pretty out of it. Seeing stars. Shooting stars. Moonshots. Moonshots? Really? Moonshots? We need to get out of here! The loaderbot! The loaderbot, hey! Yay! Hey! Oh, das war, glaube ich, der Falltoe, oder? Thanks. Na gut, dass wir den gerettet haben. Würde man erst das Kind nach ihm benennen. Haben wir ihn jetzt zurückgelassen? Ja. Sehr gut. Das würdest du mit deinem ersten Kind auch machen. Fuck, das ist so geil. Why is Hyperion trying to kill us? Don't you work for those guys? Well, file a complaint with HR when we get back. But we have to not die right now! Wir benutzen unseren Boost zu gehen aus da! Wie lange bis es rechargesst? Ein paar Minuten, zumindest. Gib mir das Rad. Was? Warum? Uh, ich bin nicht guter Grund. Ich kann die Moonshots. Das ist nicht möglich! Nicht, wenn ich weiß, wo sie landen. Dann was? Wir gehen nach Hollowpoint. Sie können uns da nicht tracken. Du wirst besser wissen, was du machst. Okay, hier ist was wir tun. Wir bleiben einfach nur, dass wir uns leben, bis das Ding voll ist. Und dann können wir hier raus. Entstanden? Ja, ich habe es. Ich habe es. Ich habe es nicht! Oh Gott! Ja, nur noch eine Bombs oben drauf. Oh! Ah! 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 Ich kann nicht sehen! Ich glaube, ich sage das, Fiona, Hilfe! Fiona! Fiona! Oh, scheiße! Ah, nein! Oh! Oh! Oh, scheiße! Oh! Oh! Das geht von Dich. Das ist nicht großartig! Oh mein Gott! Ries! Nein, 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 nein! Das ist schlecht, das ist schlecht, das ist sehr schlecht! Hilfe, Ries! Ich versuche die dritte! Ist das wieder der Nolan North? Äh, Nolan... Oh, Alter! Ja, dann ist es ein Trimaker. Äh, Minecraft, ja. Die andere war eh in der Position. Du, 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 du! Nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Es wird nicht stoppen! Ries, sag mir! Äh... Ja, da... Auf! Jetzt kommt der Halt auf! Oh, Oh, oh! Oh, oh, hey, watch it! Ah! Achtung orfgang, pass auf! Der war rein, vor Ort! Oh Gott! Die Fertikarre noch! Die Fertikarre noch! Ja, 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 ja. Ist das cool? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja.